Moin moin miteinander und herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma. Ja, wir spielen weiter und was hatte ich denn in dieser Folge vor? Ich glaube wir wollten, oder ich wollte eine weitere Mission annehmen. Also eine Escort-Mission. Vorher wollte ich aber einmal schlafen gehen. Genau, das wollte ich tun. Ich schaue kurz mal auf die Karte, und zwar auf die Umgebungskarte. Karte von Gransis. So, mir scheint, wir haben noch nicht so wirklich viel aufgedeckt. Das heißt, ich werde jetzt eine Escort-Mission machen und danach wollte ich eigentlich zum Hühnenhügel. Wie gesagt, eigentlich. Denn im Grunde genommen wollte ich auch ein bisschen was erkunden. Einfach mal so. Einfach mal so. Und vielleicht in die eine oder andere Höhle hineingehen. Und ich glaube, beim Hühnenhügel könnten wir uns vielleicht aber nochmal einen von diesen Kristallen holen. Diesen Teleport-Kristallen. Damit wir einfach mal einen parat haben. Das war auch so ein Plan. Wenn ich die Gegend hier einfach mal ein bisschen erkunde, dann lege ich ja die Karte frei. Und wenn ich dann Escort-Missionen annehme und diese Steine einfach mal so ein bisschen hin und her platziere, kann ich ja vielleicht diese Escort-Mission sehr viel schneller und besser bearbeiten. Das war so eine Idee von mir. Na gut. Erstmal haben wir uns ein bisschen Ruhe gegönnt oder verdient. Wie ich es gehört habe, die Gäste in Grand Sorin spüren mehr Zeit in ihren Kappen, als sie den Raum schütteln. Echt? Das hast du gehört, Pablo? Wahrscheinlich, dass der Gäste in einem Brotel oder in einem Schaub... Aber das... was kann ich dir dafür tun? Na gut. Wir ruhen uns aus, Pablo. Bis zum Morgen. So sei es. Klingeling. Klingeling. Oh, hat einem anderen Erweckten geholfen? Tyrell. Tyrell. Oh. Tyrell und Brienne von Tart. Hm. Okay. Die Tyrells sind ja... Naja. Ich will nicht sagen, die... Eigentlich die Verbündeten der Lannisters, ne? Aber... Ah, okay. Okay. Riftkristalle. Hm, 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 hm. Fortfahren. Oh, die Tyrells. Und es gibt... Eine Riesentraube. Oh. Why not? So. Vielen Dank für die Riesentraube. Gegnerwissen. Hm, hm, hm. Unbekannte Auftrag. Oh, boing, boing, boing. Brienne. Ich hoffe, ich war able, dich zufrieden, Riesent. Ja, ja. Hast du gut gemacht. Hast du... Hast du toll gemacht. Ich müsste dich mit neuen Fähigkeiten mal wieder ausstatten. Ja, ja. Das müsste ich. Wenn der Server es mal zulassen würde. Das müssen wir übrigens auch machen. Äh, dass wir in... Gransis? Äh, Quatsch. Gransis sind wir. Sieht, dass wir in... Das ist, dass wir in Gransorren mal einen Halt machen. Um... Ah, halt. Bisschen Licht hier reinlassen. Dass wir in Gransorren halt machen, um Fähigkeiten zu erlernen. Und, oder... Hier im Lager der... Vasallen. So, was nehmen wir denn? Leibwache gesucht. Adoro. Die Schattenfeste. Hm. Ich würde die Schattenfeste gerne erst einmal finden. Bevor ich so eine Eskorte mache. Kap des Pakt-Schlusses. Blutrotige Stade. Gebetsfälle. Ich mach mal hier Benita. Der Kap des Pakt-Schlusses. Ein vorsichtiger Sammler. Boing. So. Hey, Benita. Was geht? Ja. Hab ich jetzt wieder auf der Karte bereits einen Auftrag? Lüste öffnen. Aufträge. Lüste öffnen. Zack. Kling. Kap des Pakt-Schlosses. So. Da muss ich raus. Äh. Umgebungskarte. Umgebungskarte. Guck schon. Blöde nicht? So. Wo müssen wir hin? Ähm. Oh, das geht aber. Hey, Benita. Du hast hier... Du hast so ein Glück. Das glaubst du gar nicht. Wir teleportieren uns einfach nach Grand Soran. Dann raus aus dem Tor. Und dann sind wir da. Hö, hö, hö. Das ist ja eine schnelle Mission. Würde ich mal sagen. Nach Grand Soran wollten wir eh. Ähm. Ja, Benita. Still wondering all over the Peninsula, are you? You know, we have a perfectly good village right here. Sir Arisen. Sir Arisen? Was beschwerst du dich eigentlich so? So, komm mal ins Licht hier. Benita. So. Alle beisammen. Na? Alle versammelt. Ja, scheinbar. Und benutzen. Und wir... Ja, Grand Soran, ne? So wie angeht man nicht. Flon. Ich müsste mir vielleicht auch nochmal... neue Vasallen holen, ne? Die Vasallen holen, ne? Ich will einmal kurz... so wegen Fähigkeiten anklopfen. Wird nicht lange dauern, hoffentlich. So, ansprechen. Wasserlarm. Ich schaue, dass du siehst. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Auf dem Weg. Wie wird es heute sein? 12.000. Tiefer Schnitt. Ein verwässerter, großer Schnitt. Benutze ich großen Schnitt überhaupt? Ich glaube nicht. Wird in den Boden gerammt. Die Reichweite ist begrenzt. Aber der Vorstoß enorm. Kompasshieb. Röverangriff. Platziert Sprengstoff auf dem Boden, der aus der Ferne zur Explosion gerammt werden kann. Klarheit. Bringt das Schwert eine abwartende Position. Wo ist Angriff? Wie konnte ihr jährlich abwärts und ablenkt? Oh. Interessant. Interessant. So, Dolche. Einfaches... Einfaches Typen. Nach einem abgewährten Angriff gleitet der Anwender hinter den Gegner und schlitzt ihm die Kehle auf. Wow. Wow. Das wäre echt was für mich, glaube ich. Weißender Wind. Belebende Festung. Neubeginn. Einfaches Töten. Das ist sehr viel gleich was. Okay, Schild. Agile Festung. Rückprall. Was hat denn der Bogen? Luchsaugen. Okay, ein verbesserter, scharfer Blick, der noch besseres Sehen in die Ferne und eine Anpassung der Sicht ermöglicht. Also, scharfer Blick fand ich ganz gut. Pfeil der Perforation. Hm. Ich nimm mal Luchsaugen. Plong. Betäubender Pfeil. Was gibt's denn hier so an Fähigkeiten? Doppeltes Gewölbe. Die fortgeschrittene Form einer Grundfertigkeit, die euch in einem zweiten Sprung kraftvoll in die Höhe katapultiert. Dolch. Vorwärtsrolle. Vorwärtsrolle. Hm. Ja, ich bin ja sozusagen ein Schwert. Blutdorost. Verbessert die Stärke und mindert die Schäden. Jedoch nur bei Nacht. Ah, Nacht, Nacht, Nacht. Alles Nacht. Wir könnten das natürlich nehmen, falls uns die Nacht quasi überrascht. Und, dass wir dann besser sind. Geheimfähigkeit macht nix. Verbessert die Stärke, mindert Schäden. Gesundheit, Verzückung. Ich gönne mir das mal. Weil, warum nicht? Kontrollierter Fall. Dolch. Schwert. Donnerschlag, tiefer Schnitt. Ich mach mal hier Donnerschlag. Weil, warum nicht? Und jetzt gehen wir weiter zu Brienne. Brienne, was können wir dir noch Gutes tun? Du hast ja jetzt auch schön Punkte bekommen. Unbeugsamer Wille. Stärkt Haut und Muskeln. Wird vorübergehend alle Angriffe ab. Bis der Legion. Erzeugt einen flinken, aber mächtigen und weitreichenden Angriff. Auch in Bedrängnis. Benötigt viel Ausdauer. Ich bin ja wirklich geneigt, ihr zu diesem teuren Angriff zu geben. Voraussicht. Voraussicht. Das war schon mal teuer. So, Schild. Beckenschlag. Göttliche Abwehr hat sie auch schon. So, bis der Legion. Zack. Das soll's fürs Erste gewesen sein. Stoß-Explosion. Donner-Explosion. Geweih-Schleuder. Bis der Legion. Mach das mal. Geweih-Schleuder. Wir gucken mal, was das so bringt. Okay. Schild. Göttliche Abwehr. So, jetzt bin ich noch da. Vertrautes Manöver. Stoß-Explosion. Hauer-Schleuder. Okay, Hauer-Schleuder finde ich ganz groß. Ganz, ganz groß. Ganz gut. Lass ich. Stoß-Explosion. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Vertrautes Manöver. Ich mach mal hier den Donnerschlag. Ja. Fünffacher Wirbel. So, Luchs-Augen. Aufspießender Pfeil. Ach, ich glaube, ich wollte das hier auch mit Häubener Pfeil. Wollte ich, ne? Ach, whatever. Was wird es heute? Habt ihr Pfeil. Einen, Ula? Kommt wieder. Fortfahren. So, jetzt haben wir uns doch ein bisschen länger mit Fähigkeiten beschäftigt, als ich eigentlich wollte. Aber egal. So, einmal verlassen. So, und schon sind wir wieder da. Na? Bekommen wir es wieder mit einem Greif zu tun? Ich hoffe ja nicht. Weil, eigentlich hoffe ich schon. Lass es mir an, Master. Grand Sorin. Das schmerzende Herz aller Grand Sorin. Kein Schmerz muss zu unserer Aufgabe kommen. Vielleicht finden wir alle in der Kräger, die in diesem Ort befinden. Ich wollte jetzt einfach noch mal kurz gucken. So ein Luchsau. Ja, vorbei. Na gut. Ich wollte ihn nur ausprobieren. Zum Aufspießen der Pfeile und so weiter und so fort. So, wie sieht's aus mit? Blitz-Explosion. Hier, Donnerschlag wollte ich mal ausprobieren. Naja, ob das was bringt? Wir werden es schon sehen. Oh, das ist nicht hier. Grendel ist kalt. Oh, okay. Der Kap des Pakt-Schusses. So, wir sind angekommen. Hier. Wir sind da auch. Benita, wie findest du denn das hier? Und? Ah, irgendwie, ich soll da oben, sagt sie. Na gut. Okay, vielleicht zu diesem Lager? Ich danke euch so sehr. Ich danke euch so sehr. Oh, das sieht ja ganz nett aus, ne? Könnte man so ein kleines Häuschen bauen. Und hoffen, dass die Klippen nicht irgendwann kaputt gehen. Auftrag gemeistert. Sehr schön, danke. Hm, was war denn das? Ja, was war denn das? Irgendwas aufgehoben. Irgendwas aufgehoben, der Gude. Äh. Da unten sind irgendwelche Skelette. Da möchte ich irgendwie mal hin. Irgendwelche Wachen wahrscheinlich, die abgestürzt sind. Haha. Was haben wir denn da? Eingemachte Pilze. Oh, okay. Hartknollermilch. Hier, irgendjemand kann sie mal mitnehmen? Hartknollermilch. Das ist ruhig erlaubt, ne? Sammeln zu wenig. Die sammeln mir zu wenig, muss ich sagen. Ich kann doch nicht alles mal selbst mitnehmen. Hier. Hartknollermilch. Hier steht drauf. Na, was war denn das? Okay. So. Gut, dann kommen wir zu dem Nächsten, was ich machen wollte. Ich wollte, ne? Was ist das? Kleiner Geldbeutel. Oh. Aha. Was macht sie hier? Sprengpfeil. Hm. Ja. So, jetzt teleportieren wir uns. Wir teleportieren uns. Und zwar... Nach da oben. Nordwand Hain. Zu unserem... Zu unserem... Zu unserem... Ja. Seelenverwandten. Nenne ich ihn. Ich nenne ihn Seelenverwandten. Es gibt etwas, was auf der Hälfte erinnert. So. So. Wir nehmen mal hier rein. Oh nein, ich möchte jetzt nicht mit ihm sprechen. Ich möchte hier um die Ecke. Es scheint, es führt in die Erde, Sir. Der Weg endet. Hast du noch was zu sagen? Der Nahr. Dieser Porn hat den Drage, der in seinen Reihen eröffnet hat, als er eröffnet hat. Okay. Soll ich ihn mal ansprechen? Was ist mit seinen Armen? Guck mal, er hat so schwarze Arme. Ist das normal? All I know is yours to hear, should you desire it? Erzähl mir vom Drachen. Erzähl mir von den Erweckten. Erzählt mir von euch, dem Drachengeschmiedeten. Erzähl mir von unseren Narben. Okay, gezeichnet. Der Drache hat Anspruch auf unsere Herzen. Hm, interessant. Also er lockt halt andere Erweckte an. Aber warum gerade er? Ist er ein besonderer Erweckter? Er beitzt noch, wie es mir macht. Da, in der Erweckte. Ein tausend Jahre, seit es er stolen wurde. Und noch, es beitzt. So lange, wie der Drachen lebt, die Herzen, in ihrem Sicherheitszimmer, wissen, dass sie keine Todesmiede sind. Unsere Kindheit kann in der Krieg sterben. Ja. Aber keine Zeitung, keine Krankheit werden wir uns immer klaimen. Hm, hm. Sterben können wir dazu trotzdem. Aber halt nicht an Alter oder Krankheit. Wir haben frei von diesem mortalen Köl, Arisen. All I know is yours to hear. Should you decide it. Na gut, erzähl mir von den Erweckten. Der Erweckte ist ein Kind des Mannes. No more, no less. Tis said, The Arisen is born whene'er man takes his first true step toward a goal. When the spirit gives rise to action, a man becomes Arisen. Those like us, whose paths lead to the dragon, are known unto the beast as a matter of instinct. Okay. Just as it is our own instinct, that guides us all. Bestimmt mit dem Drachen verbunden zu werden. Und der Drachen merkt das. All I know is yours to hear. Should you decide it. Ich schaue gerade auf die Uhrzeit. Ich mache hier jetzt eine kleine Pause. Und in der nächsten Folge geht es genau hier weiter. Und danach, danach werden wir sehen, wohin uns die Füße treiben. Okay. Ich bedanke mich für's Zuschauen und sage, bis bald. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Ich bedanke mich für's Zuschauen.